Recht herzlich willkommen zur 22. Folge von Oxygen Not Included, der Mordrak hat er mir geschrieben. Und ich muss mich dringend darum kümmern, dass unsere Duplikanten was zu essen kriegen. Das ist unser größtes Problem jetzt. Wir müssen priorisieren, dass wir was zu essen kriegen. Das heißt, ich muss es auf 9 stellen und wir müssen das hier erstmal auf 9 machen, dass die auf jeden Fall sofort dahin gehen. Und wir müssen mehr Essen besorgen. Hydrokultur und irgendwo gibt es bestimmt ein Wasserrohr, was da irgendwo vergraben ist. Hier. Zack, 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 zack. Ah, ich habe schon wieder nicht auf 9 geklickt. Dann ändern wir die Prio jetzt schnell hierfür, dass das da auch... Ah, guck mal, hier ist auch nicht auf 9. Wenn das gemacht wird, der kann zerlegt werden und das muss fertig werden. Ja, schauen wir zu, dass das fertig wird. Ach so, wie mit dem Watschriegel. Weißt du, was das Problem ist? Wir haben auch kein Wasser wahrscheinlich. Nein, Sanitär, die Pumpe kommt hier nicht dran, wie man sieht. Das war die falsche. Die muss ganz streng dahin und die muss auch Prio 9 haben. Habe ich jetzt wieder nicht eingestellt. Das ist 9. So, und dann brauchen wir andere Prioritäten wie diese hier gerade nicht. Das weg. Das machen wir jetzt auch nicht, obwohl das geht sowieso nicht. Hier weiß ich nicht, warum das auf 9 steht. Nö, die Algen. Obwohl das wäre vielleicht nicht gewesen, das auf 9 zu haben. Hier weiß ich nicht, warum 9 da steht. Brauche auch nicht. Hier ist auch 9 fertig. Hier ist Strom für da unten. Okay, die Batterie ist aber dann irgendwann voll und dann läuft da auch keiner mehr. So, okay, jetzt müssen wir noch gucken. Hier ist noch eine Schmutzwurzel, oder was das Ding für ist. Da müssen wir hingraben. Dass das da ausgegraben werden kann. Stopp, das war zu weit. Das muss auch natürlich auf Prio 9 stehen, weil ich das wieder gerade nicht geschafft habe. Und hier entwurzeln, da entwurzeln. Da liegt auch noch eine. Das heißt, wir müssen hier auch noch rein. Graben und das Ganze auf 9. Da, da. Wenn ich das weggrabe, kann der aber nicht da hin, oder? Ja. So, und den auch noch, dann kann er da runter, oder? Auf jeden Fall. Was machen die Leute, die jetzt hier Nachtschicht haben? Und das Graben war jetzt wieder nicht auf 9, oder doch? Doch, war auf 9, super. Ja, das sagt Mordrak hier auch. Schlechte Luft und dann soll er Strom für die Hunde machen. Auch krass. Aber ist halt gerade so. Ach, hier sind schon ganz schnell welche gewesen, die das gepflanzt haben. Äh. So. Da geht nicht wegen dem Kübel drüber, aber das müsste ja auch gleich fertig sein. Ah, da sind zum Glück zwei fertig. Also kriegen wir da Nahrung. Einer verhungert zur Zeit. Ah, geht nicht wegen dem Stein da drüber. Und der ist schon fertig. Der noch nicht. Oh, vor allem kriegen wir das hin, dass da keiner verhungert. Äh, zur Zeit haben wir sogar was. Das klappt. Haben wir auch noch, äh, andere Nahrungsmittel. So, warte mal. Prio, 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 Prio hoch hier. Ganz schnell hoch, die Prio. Nahrung ist wichtig. Was fehlt hier jetzt? Wenig Ressourcen. Wasser. Ist die Pumpe fertig? Nee, die Pumpe ist nicht fertig. Warum nicht? Was fehlt hier an der Pumpe? Keine Ahnung. Grab mal schnell das Ding dahinter weg. Macht er nicht. Kommen wir hier nicht hin, doch. Wen können wir da was machen? Duplikanten-Fertigkeiten. Er hier. Der kann auf jeden Fall nicht Essen machen. Aufräumen. Bauen. Landwirtschaft. Und dann müssen wir hier weiterhin, ne? Sonst ist noch keiner fertig, gut. Was ist denn das hier eigentlich? Ei. Wir könnten ein Ei-Zerp-Dings-der-Boom-ster haben. Ein Eier-Cutter. Wo ist denn der? Da unten. Den haben wir noch gar nicht. Wo stelle ich den denn hin? Hier. Zack. Braucht so ein Ding irgendwie Strom oder sowas? Nee, ne? Nee. Hier ist was zu essen fertig. Ersticken. Äh, der kommt da nicht weg. Schnell. Prio 9. Schnell. Bauden, da. Nicht da. Äh, da oben bitte. Hallo. Hallo, Harold. Harold, Harold wird gleich sterben. Schnell, Harold. Lauf. Lauf. Harold hat Luft gekriegt. Uah. So, da wird gearbeitet. Und einer verhungert noch, wegen Nahrungsmangel. Aber wir haben 2,6 Grad. Geht also eigentlich. So, dann kriegen wir auch die Schmutzwurzel noch da. Die bringt ja auch noch was. Und dann können wir da mal... ...prio-mäßig das da noch abbauen. Jetzt kommt die Wurzel. Wenn wir die haben, können wir das hier wegmachen, damit sie da unten weitermachen können, ne? Er braucht Sauerstoff. Er braucht Sauerstoff. 3, 4 haben wir gerade. Der baut da. Die Wurzel hat er mitgenommen, oder? Dann können wir da auch was bauen. Und dann kommen wir noch an die beiden. Dann haben wir noch mehr Essen. Das ist schon mal gut. Pumpe? Pumpe ist immer noch nicht fertig. Warum nicht? Was fehlt denn hier? Was fehlt hier, dass die Pumpe nicht gebaut wird? Wir brauchen noch Matschriegel noch. Das ist jetzt komisch. Verhungern, okay. Wir haben jetzt wieder nichts zu essen. Aber hier kann man jetzt was holen, oder? Und er holt das auch. Aber wir müssen hier, glaube ich, einen Leitergrad hinsetzen. Die kommen da nicht runter. Das sind drei Spälder und nicht zwei. Priograd für die Leiter hochsetzen. Dann kommen die an die Schmutzwurzeln dran, oder? Will ich hoffen. Da kommt jemand? Holt er die jetzt? Ah, der eine hat er schon geholt. Komm, nochmal. Verhungern steht er schon wieder. Lieber so. Hier ist was fertig. Das ist schon mal gut. Wie ist die Prio da drauf? Die ist auch 9. Aber hier fehlt es noch an Prio 9. Hier muss noch was gemacht werden. Ach so, da muss auch noch sogar was gepflanzt werden. Hier, zack, pflanzen. Einstellung übertragen. Und dann da, und da, und da. Und der Kübel muss jetzt weg. Entwurzeln. Und Pflanzenkiste zerlegen. Verhungern kommt gerade wieder. Haben wir die eine Wurzel da rausgeholt? Ne, die ist noch da, aber da kann sie jetzt holen. Tut sie auch, oder wer das auch immer ist. 1000 Gramm. So, da wird gegessen. Die Pumpe ist zum Glück fertig. Wir haben den Schmatz... Schmatzriegel. Der Riegel hier. Wasser fehlt noch. Prio ist aber schon 9. Prio ist auch schon gut. Matschriegel wird produziert. Hoffe ich. So. Sehe ich irgendwo noch was zu essen. Den da pflanzen, Mann. Was fehlt hier? Überleuchtung fehlt da. Äh... Möbel. Lampe. So müssen wir. Ich glaube, wenn ich die da hinsetze, geht's, oder? Kabel. Sollte funktionieren. Was fehlt hier? Kein Samen verfügbar. Okay. Ich dachte, den hätten wir gehabt. Gut. Irgendwo noch eine Schmutzwurzel zu sehen. Nicht wirklich. Doch, da oben. Leiter bauen. Die beiden müssen wir noch haben. Was ist das hier? Chlorgas, Basel, Wäxt, 47. Ne, da will ich lieber nicht da anpacken. Haben wir noch irgendwo eine Schmutzwurzel? Achso, hier geht's noch weiter. Was ist das für ein leckerer Pilz? Eine Dämmerkappe. Ist sogar erntebereit. Wie sieht's mir mit Keimen aus? Schwierig, aber... Nee, den einen mache ich wieder weg. Der gefällt mir nicht. Hallo, den will ich nicht. Achso, X erstmal kreuzen. Mal gucken, wie wir da weiterkommen. Da haben wir den Eier-Dingster-Boomster. Haben wir noch mehr Eier? Nein, nur die fünf. Aber die fünf Eier bringen uns schon ganz viel Essen, oder? Oder mach forever, ey? Hedge-Eier. Hier geht was. Duplikant Ari kann kochen. So, die Hedge-Eier können da gepellt werden dann. Und dann gibt's Essen. Will ich hoffen. Der erste läuft da schon hin. Und jetzt? Gibt's einen Arbeitsauftrag. Wer verhungert denn? Oh, zwei ja jetzt gerade. Naja. Das ist nicht gut. Wie weit sieht's hier aus? 91. Ah, 97. Fast fertig. Hier geht's ein bisschen voran, aber auch nicht so wirklich, ne? 68. Das ist noch zu wenig. Das Essen wird knapp. Hier ist mit 97 noch ganz gut. Haben wir das alles prior hoch? Ja. Achso, warte. Dann machen wir die neun raus mit den Eiern. Das ist wichtig, dass wir Nahrung kriegen. Matschregel sind auf neun. Und da kommt auch einer raus. So ist nicht. Also. Ich hoffe, das wird noch was. Sonst sehe ich ja auch keine Nahrung mehr. Hier ist das Licht hingekommen. Das ist schon mal cool. Dann klappt das auch mit den zwei Pflanzen hier. 99. Das Essen ist gleich fertig. Da und hier. 100 ist schon fertig. Ja, bitte abernten. Ich hoffe, das ist auf 100. Ja, es ist so wie es mit Essen. Zwei verhungern noch. Aber hier ist Nahrung. 99. 100. 100. Zweimal Nahrung. Und das Edge Eye. Geliefert. Da steht Arbeitsauftrag. Das Gebäude wird bedient, sobald einer verfügbar ist. Okay. Und da gibt es auf jeden Fall was zu essen. Einer hat auch schon irgendwas gegessen, weil nur noch einer Hunger hat. Hier oben sind die beiden Wurzeln weggemacht worden. Okay. Irgendwie klappt das mit dem Essen noch nicht so gut. Das macht mir noch Sorgen. Ah, da wird der erste Ei gepellt. Aber das erste vielleicht auch nicht. 2.200 Kalorien. Puh. Warte auf Materialien ist geliefert. Vielleicht schaffen wir es mit dem Essen. Und dann über die Runden zu kommen, bis hier Nahrung nachwächst. 95. 64. Das ist nicht viel hier. 82. 81. Okay. Das wird ernst. Das wird richtig ernst. Das ist wieder eine Erfahrung, Mann. Wo kriegen wir Nahrung her? vergrabenes Objekt, das bedeutet, da ist was. Achso, wir haben Forschung fertig. vergrabenes Objekt, das bedeutet, da graben wir mal. Weiß nicht, was da ist. Da ist noch irgendwo was vergrabenes. Da. Ist da auch noch Schmutzwurzel? Ja, da ist auch noch was vergraben. Zack, die beiden auch noch ausgraben, bitte. Da ist auch noch was. Da Schmutzwurzel, dann ist das gerade unsere Rettung. Da ist auch noch ein vergrabenes Objekt. Aber da wischen wir erst, bevor wir da rausgraben. So, die Leiter geht da nicht hin. Okay. Da wird jetzt tatsächlich Wasser reingelassen. Er isst auf jeden Fall was. Oder er oder sie oder wie auch immer. So, wie hoch ist die Prio jetzt hier? 9. 9. Gut. Alles gut. Da fehlen uns die Pflanzen. Ist aber nichts Schlimmes. Kriegen wir schon noch hin. Ist da ein vergrabenes Objekt? Ja. Da ist die Schmutzwurzel. Hätte die jetzt da rausgeholt? Ja, hat er aufgenommen. Super. Okay, dann kriegen wir das mit dem Verhungern ja vielleicht auch noch in den Griff, oder? Wir müssen hier auf jeden Fall was haben. Das ist wichtig. 80 Prozent. Eine Pflanze da wieder reif, super. Ja, Mordrak. Es sieht so aus, als ob wir das vielleicht auch noch in den Griff kriegen mit dem Verhungern. Und da gibt es ein Dingens und ich hoffe, es gibt da auch was zu essen. Hilfspaket. Omelette. Omelette ist gerade das Geilste, was uns passieren konnte. 10.000 Kalorien. Das ist ja schon ein Wahnsinn für unsere Kolonie. Da bin ich aber froh, dass das jetzt noch gekommen ist. Aber wir müssen trotzdem noch dranbleiben. Okay, hier ist aufgewischt. Die Pumpe können wir mal zerlegen. Und hier ist doch noch was vergraben, ne? Genau. Dann zack. 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 Und dann müsste da auch mal am Boden reingemacht werden. Achso, okay. Mach das mal so weg. Klappt so, oder? Okay, da kommt jetzt das Wasser alle hier zusammen. Natürlich, weil nicht richtig aufgewischt ist, oder was? Krass. Dass es so viel Wasser neu ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ach. Zack. Zerlegen. Das Ding muss hier irgendwo rein. Sanitär. Teil da einstellen. Pumpe umdrehen. Oder Entleerer. Das ist ja voll doof jetzt. Gut, dass der weg ist. So, da können die erst mal aufwischen. Da geht auch noch aufwischen, oder? Da geht natürlich nicht aufwischen. Was ist das? Strauchsamen. Ein Samen eines Dornenstrauß. Dann geht der doch da hin, oder? Läuft auf jeden Fall. Wie viel ist es? 3.200. Okay. Und wie weit ist das hier so? 85. Und hier? 97. Okay. Das geht tendenziell schon mal hoch. Ja, Nahrung geht, ne? Wie ist denn mit unserer Forschung eigentlich? Und ich glaube, da hatten wir noch das mit dem Krankenhaus an, oder? Oder ist das auch schon durch? Wo ist denn das Krankenhaus jetzt? Äh, irgendwo. Muss doch das mit dem Krankenhaus sein. Da. Okay, das läuft noch. Dann lass das auch noch laufen erst mal. Wer verhungert hier? Haben wir ja null Kalorien tatsächlich. Ey, das ist jetzt nicht so gut gewesen, ne? Ach, das ist doch noch nicht vorbei. Okay. Okay, hier müssen wir weiter abbauen. Und wir müssen noch mal Schmutzwurzeln oder so finden. Hier ist noch was Vergrabenes. Äh. Da könnte auch noch was sein. Kriegen wir hier noch was zu essen raus? Das ist die Frage. Das lassen wir so. Hier ist noch was. Kommen sie vielleicht auch hin, ne? Ist hier noch was? Ja, da. Dann können wir das eigentlich auch gleich mit abbauen. Da war auch noch eine Schmutzwurzel. Da ist auch noch eine. Die möchte ich aber jetzt nicht ausgraben. Da ist noch eine. Da ist auch eine. Vielleicht kommen wir da über die Runden. Da ist auf jeden Fall was. Und da ist auch noch was. Ich hoffe, das klappt soweit. Was wollen wir hier reinräumen? Müssen wir gerade gucken. Aber es ist gerade nichts, wo was rein muss. Wir haben nichts zu essen. Ja, aber ich sag mal, wir machen erst hier wieder eine Pause. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare gerne. Der Mordrak hat das ja fleißig schon gemacht. Das finde ich voll cool. Andere können da natürlich auch tätig werden. Und teilt das Video, damit wir darauf aufmerksam werden, was wir hier Schönes machen. Alles klar, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.